herzlich willkommen in diesem video und diesmal wieder finden wir uns hier auf wien ist noch punkt mit dabei ist der noob games dabei ist der noob games und ich würde sagen go oder okay wir spielen youtube erst mal runter ich bin so null in form also ich bin über wessels zuschauer und ich habe so eine kleine advent special kann man sagen ich lade an also an 1 dezember bis zum vierten 24 dezember immer ein video und das ist erst mal so über das ist so nicht falsch wieder runter was ist ja also ich will dann vom ersten advent vom ersten dezember bis zum 24 dezember lade ich jeden tag ein video und ich habe erst so ganz schön ich kann leider nicht so ist ja ich habe ich gerade nicht gehört ich habe auch nichts gesagt also ich bin jetzt mal mit eisen oder ohne wir machen mit allem oder mit also ich würde eigentlich gesagt die technisch eisen auslassen ok eisen aus und leute ich spreche die ganze zeit nun jetzt wie geht es dir so gut mir geht es auch gut und was hast du heute so alles gemacht ich war in der schule habe dann im religionsunterricht werder fast eingeschlafen aber die leute leute ist hier schon im voraus ist nicht der erste advent der erste advent müsste nehmen eigentlich noch mal ankommen ist wieder so schnell können der erste advent nehme ich eigentlich ein sonntag sein deshalb also heute hat er keine schule würde wir nehmen im voraus auf also heute ist er 22 11 und ja aber wenn ich sie dann ist es der erste advent ja aber der erste sonntag im advent im dezember ist der erste advent und da der erste dezember ein sonntag ist soweit ich weiß ist auch der erste advent ich glaube wenn ich die erste runde gewinne war das so ein traum ich glaube wenn ich die erste runde gewinne war das so ein traum ja wir machen best of five also wenn wer als erstes drei runden gewinne hat gewonnen das ist ja dann aber doch kein best of five doch wo du gerade ausgerast bis ist aggressiver apfel gescheuen wo du gerade ausgerast bis ist der akt aggressiver apfel gescheuen also in spieler freund auf den ich in meiner fler komische spiele in meiner fl wie zum beispiel so noob games und leute ihr könnt sogar was gewinnen möchtest du sagen was sie gewinnen können ja aber ich habe dummerweise keine ahnung also ob der nicht süß sei das habe ich gesagt ja hätte ich nicht gebrochen wird ziemlich traurig ich bin ich bin immer traurig ich habe so leider als sie dann wird man dann und games gewinnt dann bekommt ihr auf dice auf dice games 100.000 also und wenn er also wenn er gewinnt wenn ich gewinne dann bekommt man gar nichts wenn er aber noch gewinnt dann bekommt ihr ein liter an also leute er wird normalerweise ein rang bekommen aber da er schon rang hat ist es etwas traurig auch wenn ich teilweise von fabi gelern bringt er immer so sachen dabei muss sagen leute ich habe ich habe lange nicht mehr so richtig etwas gespielt also jetzt mit dem weg steht ausreden ja aber ich muss wirklich sagen ich habe vor ungefähr monat so richtig reingeswertet in badwurst und dann irgendwann habe ich gesagt kein bock und dann nicht mehr gemacht und so kommen auch so wenig videos kommen das ist gemein wenn du jetzt kommst du bist das jetzt gemein nein also ich glaube es ist gemein oder die weg weg nein 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 okay nein 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 wenn ich die erste runde gewinne die die erste runde für mich mit heim kennen jetzt nicht auch jetzt ist die basketball das bett ist oben und hier so ok wieder ohne eisende gut ich habe einfach dann euren in den namen in die kommentare dann bekommen sie mit elite dann auf dice games oder ich suche einen aus den kommentaren aus genau er sucht dann einen aus wenn er gewinnt also sagen wenn er gewinnt ja also tut mir leid keiner von euch wird angekommen ich muss sagen du bist nicht unbedingt so schlecht wie du vor drei monaten war ja vor drei monaten im vergleich zu die bin ich immer noch ein stück scheiße ich habe gesagt man noch nicht sondern normalerweise würde sowas nicht sagen aber in meiner aufnahme ich habe neue feiert hier eigentlich dass ich vielleicht mehr ins zu schauen machen also als seine info und er schreibt mich da gerade auf teamspeak ich würde halt auch angeschrieben glaube als ob sie als ob der bg muss irgend so ein fordner channel erstellt hat ehrenlos ich war's leute ich mag fordner nicht das hat echt zwar so aber ja ist hat seine sache für was er die zeit verschwendet also hat mir gerade geschrien den knäppsel also mal kurz gesagt haben möchte da ist games wenn ihr den selber nicht kenne ist der das selber für bg muss und er wird ungefähr so Ende des Jahres releasen. Also, äh, was geht? Slash, äh, moin. Ja, stimmt. So. Streamst du? Nee, ich stream mir grad nicht. Selbst mit 4CPS würdest du gegen mich vergeben. Äh, ich muss grad sagen, ich impie's halt grad gar nicht. Also, ich bin grad die Morgen. Man hört vielleicht in und wieder so ein impieus, aber damit schaffe ich nicht viel CPS. Äh, Noob Games? Ich wollte grad runterspringen, dir eine Chance geben, aber okay. Leute. Dann würde ich sagen, ja, Noob Games. Was war da los? Keine Ahnung. Okay. Leute, würde ich sagen, ist das was für die heutige Folge? Ja. Streamst du? Nope. Ich würde sagen, ist das was für die heutige Folge? Ich hoffe, ich hab die Folge gefallen. Äh, ja, ich würde sagen, bis zum 2. Dezember. Jo. Dann. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss. 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 Mann. I don't know, you are the only one We are the only one who we are